Hallo Herbert. Hallo. Zwei Dinge, die wir mal kurz vorab klären müssen. Hast du eigentlich noch die 1Live-Krone fürs Lebenswerk? Irgendwo steht die, ja. Du und Felix Jehn, wie begrüßt ihr euch normalerweise? Hallo Felix. Jeder für jeden heißt euer neuer gemeinsamer Song. Liest du die Kritiken im Netz oder ist dir das total egal? Relativ egal. Hattest du beim ersten Treffen mit Felix gemischte Gefühle? Ne, ich muss sagen, natürlich waren wir skeptisch, aber wir haben uns relativ schnell wirklich gut verstanden und haben wirklich 4 Stunden zusammengesessen bei uns im Studio. Da haben wir über Gott und die Welt geredet und kamen irgendwie gut miteinander klar. Wie geht's Bochum? Bochum geht's gut, wenn man gucken würde, dass der Stadt, der ganzen Struktur, der ganzen Gegend ein bisschen mehr auf die Füße hilft. Das glaube ich ist ganz wichtig, bevor man nur alles in den Osten im Moment, sondern der Westen auch, tief im Westen braucht auch viel Unterstützung. Quinoa oder Currywurst? Currywurst. Bei was machst du Luftsprünge? Wenn der VfL gewinnt oder aufsteigen würde. Deine drei Lieblingswörter mit Ö? Öl, Ösil und Öl. Was ist Luxus für dich? Luxus für dich, wenn ich gesund bin und meine Freunde und meine Familie und mich herum zufrieden und gesund sind. Wo nervt dich Chaos am meisten? Ich mag Chaos, mich nervt Chaos überhaupt nicht. Ich liebe Chaos und bei mir sieht's auch so aus. Du bist gerade 60 geworden. Bleibt alles oder wird's anders? Es bleibt alles, aber ich glaube, es wird auch vieles anders. Wer ist dein Lieblingsmensch? Mein Lieblingsmensch gibt's viele. Zwölf Dinge, die du als Fußballfan im Sommer mit zur EM nach Frankreich nehmen würdest. Gute Laune, taktisches Verständnis, Lauffreudigkeit, Tikka-Taka-Technik, die Vollendung des Torschusses. Wo bin ich? Bei fünf. Natürlich gutes Schuhwerk, Kappe, Schal, gute Freunde, vielleicht auch ein Schnittchen, falls es in die Verlängerung geht. Und ansonsten mein Diktionär, den französischen Diktionär und ein Croissant und ein Baguette. Reist du lieber per Schiffsverkehr oder mit der Bahn? Lieber mit dem Schiff. Warum? Weil es einfach viel spannender ist. Gibt es Dinge, bei denen du dauernd das Gefühl hast, dass du sie jetzt sofort erledigen musst? Sonst bleibt es eh wieder liegen? Nee, ich bin an sich jemand, ich schiebe auch gerne Dinge auf. Ich bin ein sehr geduldiger Zeitgenosse. Ich schiebe Dinge, ich beantworte auch Mails und SMS, meistens eine Woche später oder zwei. Das muss man sich dann gewöhnen. Ich finde das völlig entspannt. Wie würde das aussehen, wenn Herbert Grönemeyer auf einen Song von Felix Jehn tanzt? Super natürlich, weil ich tänzerisch einer der ganz herausragenden Künstler überhaupt bin. Meine Beinarbeit ist hinreißend, leichtfüßig und fast Ballettartig. Kann man sagen. Mach mal vor. Müsst du aber runtergehen. Danke, Herbert.